ich krieg ja hier auch eine einladung hatte ich zumindest gerade eine jetzt ist hier so startseite fenster auf genau da bei eu sprache deutsch er kann sie nach nächster an warte ist lauter also spielt das heute Wie komme ich jetzt zu dir? Spielsuche? Oder? Oder? Gehen wir auf Spielsuche? Kannst du mich noch einmal einladen? Jetzt bin ich im Spiel. Vielleicht gehts dann. Zum Spiel einladen. Super, jetzt habe ich mal das Spiel abgegeben. Ich bin dann wieder im Desktop. Ja, ja, ja. Ich bin wieder im Spiel. Genau so was es war. Äh, irgendwie. Jetzt kann ich im Spiel wieder drücken. Jetzt bin ich wieder am Desktop. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Soll ich Runde nochmal neu starten? Also wieder raus in Berlin? Na ja, ich denke schon. Ich denke mal. Ich guck mal, ob ich das irgendwie drücken darf. Darf ich drücken, so wie ich drücken darf. Ich schaue drücken. So wäre es schnell. Ähm, ich nenne das mal die Bisschen-Buddel. Und unterstrich. Und unterstrich. Und unterstrich. Und unterstrich. Und unterstrich. Und unterstrich. Also bei jetzt spielen und dann ähm, wählen die. Bist du irgendwann nicht in die Vision zu sein, die Vision Buddel. Bei Spielsuchen, ne? Ne? Äh, Zermürbung. Äh, ist das unten rechts was? Ach hier, Korbwellenverteidigung. Ja. Trupps mit Freunden. Da findet er Game. Wie wie so ein Buddel. Liegen sie auf einem freien Platz? Ach so, hier. Hä? Jetzt war das Menü weg mit dem freien Platz? Ja. Ach, war schon unter irgendjemanden gescheitert. Aber das ist immer noch da. Du müsstest einen anderen Platz wählen können. Ne, das... Ach so, warte. Muss ich hier noch mal auswählen. Wie wie so ein Buddel. Ja. Ja. Spiel gefunden. Es ist led. Es ist led. Ah, okay. Gut. Ach so, bist du ja. Oh, die war es led. Oh krass. Laut. Ja, ja. Ich hab Mügeleise. Guck mal. Option. Und. Juuu. Juuup. So. Äh. Juuu. 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 Ich hab hier einfach alles hoch gestellt. Juuu. 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 Ne, ich dachte ich hab hier so 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 übliches Spiel. Also jetzt gleich so 400 FPS oder so. Na ja, ne 4 steht vorne aber das war so schon. Juuu. Ja. Wieso? Wie viele hast du denn? Ich hab jetzt 52-51 FPS. Ehm, warum hast du ja weh. Ich nehm OFF und streamen gleichzeitig. Okay. Das heißt da muss hier dreimal rechnen. Ja, ich hab alles auf Ultra und bin bei knapp 200 FPS. Ach so, jo. Aber es sieht echt schick aus. Von wo kommen die Gegner? Nehm an Stecke Ey, wo ist mein Fadenkreuz? Ähm, wie viele Gegner musst du killen, damit ich Akimbo freischalte? Äh, 8 Millionen Ah, okay, geht los Oh, die, die, die Soundausgabe ist aber ungeil Ja, ja, auch die Waffen klingen alle übelst geil Wenn dir hier Befehl, angreifen Hörst du das auch, ja, ne? So Wie duckig? Aha, mit Steuerung Aha Du bekommst Level? Ähm, nach dem zweiten Level oder so kannst du eigentlich schon alles freischalten, was es gibt Ne, kann ich mir ne ein Boostpack kaufen? Ähm Hast du gerade? Du spielst mit mir Ahhhh Ich hab mir nämlich schon in der MG, ich würde mich freischalten Oh, oh, knorren wir leer, oh gut, dass er erstmal Wir sind alle ruhig ziel, wir sind knorren leer Oh, ja, äh, es gibt Waffen Da musst du nachladen, gedrückt halten, damit er nachlässt Also, voll nachlässt Na, wo die Kugel Einzelreiche bestimmt, oder? Ja, ansonsten bist du voller Maus Okay, äh, Gasmasken, wie es steht, wieder ab mit 4 Ah, man kann nur mit dem Mausraut wechseln Ach, scheiße, scheiße, geh aus, du kreuz raus Was? Hä? Oh, ne? Oh, ne? Oh, ne? Oh, ne? Oh, ne? Oh, ne? Einen Bomben einschlag oder was? Ja Oh, ne? Oh, ne? Jetzt musst du schon fahren bis die Runde vorbei, oder? Oh, du bist du dort, oh, well Kälte zu gucken und nur das Schlagfeld anschauen die Karte zu gucken ich sehe oben zwar den Text so wo wir nehmen drücken wir mal leer hast oder so oder Marz ne passiert nicht oh ok da kann ich auf Sicht drücken oder mehr jetzt müsstest du wieder trinken jetzt bin ich wieder da ne also sprach unbedingt Munizieren auch mehr Munizieren auch mehr Munizieren also schritt keine Runde also schritt keine Runde ja ja ich würde die 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 Ich glaube ich bin gerade übelst uneffektiv. Ich hoffe, ich sehe nicht. Ich sehe ein Dusch-Arcade, du. Feuer auf diesen Ortegaden. ich hab bestimmt gleich Akimbo freigeschalten ich hab mir schon gefunden das ist nicht ganz so gesund aus Gibt mir den Zug, ich muss nachladen! Ähm... Geht weiter. Oh, jetzt kann ich wieder. Jetzt kann ich wieder wissen. Jetzt kann ich wieder wissen. Sie greifen an! Äh, das ist ein Kreuz wieder auf der Map. Oh Gott, ja, raus, raus, raus. Ich bin raus. Oh krass. Ich bin dort. Äh, kann ich irgendwie im Nahkampf, wenn die vor mir stehen? Äh, ich hab, weiß nicht, ich hab das noch nicht rausgefunden. Ähm, warte. Äh, und zwar... Nahkampf, Nahkampf... Mal. 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 Okay, also ich brauchte auf jeden Fall noch ein bisschen Munition. Also die Kisten sind, glaube ich, jede Runde wieder voll, ne? Genau, genau. Wenn die den Punkt einnehmen, haben wir ihn nicht gleich verloren, ne? Also, die Verteidigung für ihn hier rückt dann irgendwie hoch. Oh. Äh, hier liegt ein Bein. Also, also nur ein Bein, ne? Sind wir jetzt vier? Ja. Ja. Ja, das ist gut. Das war's. Das war's. Na, komm schon. Aufladen. Oh, muss er aufladen? Oh, ein Flugzeug. Oh, krass. Das war's. Das hat hier unser Squad-Reader angefordert. Bisschen spät, aber naja. Ich hab's gemerkt. Ja, ist ja wirklich tödlich. Krass. Krass. Ich bin echt cool. Wie gesagt, ich bin total überrascht, dass es so gut aus ist, wusste ich gar nicht. Ich hab bloß die Bilder eingeguckt, weißt du? Oh, ich bin leer. Oh, vorbei. Sehr schön. Äh, Kiste leer. Die Kunden, ja, die werden von Mar zu Mar stärker. Oh, scheiße, ich hab bloß 100 Schuss. Kannst du 100 Gegner töten? Ah, komm schon. Hmm? 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 Hmm. Oh, der macht doch gar nichts gemacht, wenn ich dir ansuche. Ja, der ist gerade immer da rumgewatschelt. Ja, der macht doch gar nichts gemacht. Welche Taste ist ein Ding? Äh, keine Ahnung. Was auf, hier ist da irgendwo ein Börser einschlag? Ja, das war glücklich. Ja, das war glücklich. Das war glücklich. Das war glücklich. Okay. Ja, gut, wieder einfach zu. Gucken wir übel oft irgendwelche Leute zu bei dem Spiel. Ich weiß ja, über Steam oder? Ja. Ich hab das aus. Gut, ich will auch hier hoch. Aber krass, das ist echt typisch, wenn du durch den Scheiß Stacheldraut läufst. Und äh, ich hab mich in dem Rüschchen gefecht, wo du gegen andere Spieler spielst. Ich hab schon 3-4 mal getötet durch den Scheiß. Ich hab mal ein Level 100 gefecht. Ich hab auch noch ein Level 100 gefecht. Wie viel Geld mit seinem Scheiß? Level 100? Rang 100. Ich war schon ungefähr nicht besser. Ich hab einfach schon gefecht. Nö, Schmerzpunkt da ist der. Was hast du? Punkte 6 oder 5 hofft? Ja, da haben wir einen Abschuss auf Wunruf 1. Ich glaube, wir haben einen Preisschuss. Bündler. Ich drücke mal aus irgendeinem Grund. X? Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass. Ich bin schon in den Tisch. Äh, jetzt gleich wieder Mörser-Einschlag. Na ja. Ich bin schon aus dem Bigfight gegangen. Oh, krass. Oh, krass. Ich bin schon in den Tisch. Oh, krass. Oh krass Oh, ich bin dort So, die Linier kann wohl nicht vorhin bleiben Aber aber okay die Gegner sind noch ein bisschen doof, kann das sein? ja, ja ja, ja ich glaube, du hast ja eben Multiplayer spielen dann, oder? ja, ja aber krass, ich habe schon nie zufrieden gut, ich bin wieder dort geht gerade los, du bist schon dort, oder? ja die sind gerade angekommen, die haben mich gerade weggeknallt ja, krass ja, ja 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 das ist schon wieder nachladen ja mit der Scheiß-Gauss-Masko und so viel Sinn oh ja, das ist gar nicht fach, hat noch vom Ballion alles oh, wie viele hier kommen oh, das ist gar nicht das ist gar nicht das ist gar nicht das bringt das nicht, ohne ziel zu schießen was du hier fahrt was du hier fahrt das kommt die Maske ja, wenn du, wenn du nee, nie zielst, hast du sofort ein Kreuz ach so, oh Leute, ja, weil das ganze nur, äh aufstellen ja, gerne okay okay oh, scheiße, glaubst du hier echt nur einmal die Dirtkiste? oh, die Färbung oh, krass ich bin dort ich bin dort was, jetzt kommt die Schüsse hoch ich werde was zu trinken holen ich werde was zu trinken holen okay ich werde dich wieder machen okay 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 Mikrofon aktiviert Stell wieder aufgelagert, komm So, sind jetzt die Gegner? Oh ja, direkt vor uns Oh krass, oh komm schon Ja, wieder genau so einen scheiß Börse abgekriegt Oh krass Steig runter, komm Steig runter Steig runter Steig runter Dann ist jetzt die zweite Runde, wo ich einfach mal direkt so einen blöden Mörser abkriege zum Anfang Oh krass Oh krass See Oh krass Oh krass Oh krass Oh krass Da haben wir wohl gleich verloren haben. Ja, oder? Kopfschüsse Fünf! Oh krass, haben wir die Rele jetzt echt geschafft, ja? Boah, stimmt, ich muss keine Munition sammeln. Also geht dann noch nicht los, oder? Aber die kommen schon angerannt, bevor das losgeht, kann das sein? Äh, ne, nicht ganz. Ne, man kann es aber schon sehen. Oder schon nicht aufgewachsen, keine Ahnung. Die Amba, die, 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 die Stellung verloren. Oh komm, ich stehe wieder voll in so einem Mörsegebiet, Alter! Ja, komm, ach komm schon! Ach komm schon, Alter! Boah! Ist ja übel! Ich bin ja so weggrenzend hinter den ganzen Mörser einschlagen. Uhhh! Weggrenzend! Johhh! Karriere stand 2! Da ist irgendwo ne Lebensanzeige oder so, ne, ne? Steht da hinter mir, also. Ich würde wohl nur zuschauen. Ich würde mich mal schnell essen. Hm, ne. Du könnt gleich rausfinden, das Spiel ist ne Runde, go. Da kannst du essen. Oh ja, auch geil, oder? Das hat was, ja. Hm. Ich geh mal da hinten. Ah ja. Och komm schon. Komm, du hast was weggehalten hier. Ich hab dich gesehen. um immer erst mal raus die dritte die kürzelt meine freunde diesen kleines nachträglich aufgenommenes Statement und zwar die ganze Welt wieder von dem Fenster vorbeifährt aber egal und zwar wir haben nur eine Runde Version gespielt deswegen hat diese Folge oder dieses angezockt hier kein Ende der Anfang so wirklich ich hab das einfach aufgenommen und es ist ganz lustig so ein kleines Fazit aber irgendwie die Langzeitmotivation ich weiß nicht, ich hab jetzt keine gesehen wir haben auch bloß in einem Modus gespielt vielleicht werden wir uns irgendwann nochmal anzocken aber prinzipiell bleibt hier bei diesem einen Part bei dieser eine Folge der Land dementsprechend auch in der Angezockt-Kategorie damit verabschiede ich mich gut lag Möpfung